Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Zelda A Link Between Worlds. Wir sind in der letzten Folge hier bei dem vierten Zwischenboss stehen geblieben in Lorule, beziehungsweise Lorule Castle. Ähm, ich sehe aber unten auf der Map eine Schatztruhe, die möchte ich mir mal krallen, denke ich mal. Äh, allerdings, äh, hey, wie komme ich zu der großen, es ist eine große Schatztruhe, hallo, ich will die haben, ich will die haben, hallo, wie komme ich da scheiße hin, so nicht. Äh, ich sehe auch, wir haben 99 Items von irgendwas, was ich gerade nicht gesehen habe, weil ich blind bin. So, nochmal versuchen. Ähm, ja, kurz, äh, meinen Timer wieder anmachen, so. Äh, wie komme ich da hin? Hm, so ja nicht, ne? Aber irgendwie, äh, muss man doch da hinkommen können. Nein. Äh, ich glaube, ich habe keine Ahnung erstmal, ähm, vielleicht von der anderen Seite irgendwie. Was ich aber auch nicht glaube. Und, äh, den hier auch nicht, ne? Ja, das war jetzt, das war jetzt super, duper toll und ich freue mich. Mann. Ich kriege hier überhaupt nichts auf die Reihe, mein Gott. Geh hoch da jetzt. Scheißendreck. Es wie, ah, Link, lauf um dein Leben. Hm. Scheißendreck da, ey. Alles kacke. Fuck. Ähm. Äh. Vielleicht passiert ja irgendwie irgendwas, wenn ich, äh, diesen Zwischenboss jetzt besiege. Ansonsten habe ich, äh, keine Ahnung. So, was gibt es hier? Hä? Äh, hallo? Tust du mir weh, eventuell? Bah! Huiuiuiuiuiuiuiui. Okay. Ich muss hier also... ...die Lichter ausmachen. ...ausmachen. Und deswegen gab es dieses, äh, Lichtsymbol wohl. Was passiert, wenn ich das wieder anmache? Ach, sieh mal einer an, hä? Da muss ich mir mal kurz den Weg merken. Okay. Die komischen Pfeiler zeigen mir den Weg. Äh, so wie es aussieht, äh. Na, oh Gott. Verschwinde. Aha. Jetzt wieder, äh. Kurz gucken. Mhm. Dann muss ich es wieder wohl anmachen. Nein! Scheißendreck. Kurz wieder ausmachen. Äh, ich muss hier so hin. Äh. An diesem Pfeiler muss ich mich orientieren. Also an dem letzten. Laufen, laufen, laufen. Dann hier hin. Hier, das Teil wieder ausmachen. Verschwinde hier. Gut, wir haben fast volle Herzen jetzt wieder. Ähm. Aha. Wow. Ah, da versteckt sich einer. Da versteckt sich einer. Oh Mann. Ähm. Gut. Äh. Dann mach ich den wieder an. Und ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Ähm. Arsch. Hallo. Hö? Was? Wie? Wo? Warum? Warum bin ich jetzt hier? Ähm. Aha, okay. Äh. Ich will, ich will die Kiste haben. Ich will die Kiste haben. Äh. Ich stell mich hier so hin. Dich mal immer weg. Und geradeaus. Die ganze Zeit geradeaus. Dann da hoch. So, was ist da drin? Ein kleiner Schlüssel. Wer hätte das erwartet? Hä? Wer hätte das erwartet? So, ich, ich, ich spring jetzt einfach raus hier. Und, äh. Öffne einfach die Tür. Wir haben hier alles. Äh. Was dieser Teleporter bringt. Ich hab keine Ahnung. Will ich das wissen? So, da ist ein Feuerviech. Äh. Wow. Hilfe. Meine Güte. Äh. Was bist du für einer? Wow. Hui. Äh. Scheiße. Ähm. Kann ich hier irgendwo? Na, kann ich nicht. Natürlich nicht. Huch. Aha. Ich kann dich paralysieren. Wow. Sogar durch die Wände. Sehr schön. Ja. Hm. Yes. Yes. Der war aber neu. Kann das sein? Der war neu. Beziehungsweise der ist neu. Na, der war neu. 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 Gibt es hier noch irgendwas besonderes, was ich sehen müsste? Was ich mir angucken müsste? So wie es aussieht ja nicht, dann gehe ich wieder raus. So, es interessiert mich aber schon, ähm, was in dieser einen Tour da ist, erstens. Und zweitens, wo der eine Teleporter uns hinbringt. In diesem komischen Darkroom. Ja, die Truhe, die hätte ich gern, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ähm. So, jetzt hier den Kack nochmal alles machen. Oh mein Gott. Ja, wenigstens sind die Rubine alle da. So, hier lang, dann da hoch. Ei, komm. Den da ausmachen. Gut. Mach ich dich mal wieder an. Und dann hier so. Äh. Genau. Yay. Verschwinde. Verschwinde hier. Ähm. So, mein Gott. Ähm. Mach ich dich wieder an und... Erstmal kurz gucken. Gibt es hier irgendwas? Irgendwas besonderes? Rubine? Bloß Rubine, hm? Naja. Gibt es halt Rubinje, Busy. Busy Rubinje. Muss auch mal sein. So, wo bringt uns dieser Teleporter hin? Huch. Was? Wie? Hä? Was ist das für ein Raum hier? Ach, der bringt uns wieder an den Anfang? Äh, okay. Und was ist damit? I don't get it. Ach, der bringt uns da hin. Na, toll. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich die große Schatztruhe kriege und was da wohl drinne ist. Werden wir es noch erfahren? Vielleicht? Eventuell? Irgendwie? Aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund? Vielleicht? Dass man sich hier an der Kiste nicht entlangdingsen kann, ne? Das ist komisch. Gut, da könnte ich hin, wenn ich eine Ebene drüber wäre. Also im Prinzip bräuchte ich hier eine Anhöhe. Aber ich glaube nicht, dass ich sowas hier finde. Ne, ne? Ne. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, ich gehe jetzt hier runter und gucke mir mal an, was so der Boss für uns hier parat hat. Hallo? Einmal hier lang, bitte. Wo kommen wir hier hin? Hier war ich ja noch gar nicht. Oder? Ne. Es sieht wohl so aus, dass wir hier zum Boss kommen schon. Und was bringt dann der Spalt? Rätsel über Rätsel, meine Freunde. Was gibt es hier? Ein Herzcontainer wäre schön. Uns fehlen ja noch... Ein Herzcontainer fehlt uns? Ne, zwei Herzcontainer fehlen uns noch. Ach hier. Kann man sich heilen. Äh, Moment. Äh. Wir haben genug Feen. Okay, wir haben genug Feen. Das heißt, wir können wieder zurück. So. Ähm. Schade um die große Tour. Ich weiß zum Verrecken nicht, wie ich da hinkomme. Irgendwie von unten oder sowas. Ich... Äh. Kein Plan. Jo. Dann gehen wir mal hier rein. Bossi-Line. Wo bist du, Yuga? Mein Freund. Im Thronsaal. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Du hast das Triforce des Mutes errungen, nicht wahr? Hilda, was machst du denn hier? Hilda, Hilda, was hast du nur zu verbergen? Hm? Werden wir das jetzt erfahren? Da ist ein Triforce-Teil. Dum, dum, dum. Nein. Sie hat schon so rote Augen, weißt du? Und das sieht überhaupt nicht gefährlich aus und so. Nicht hinterhältig oder sowas. Lass mich dir ein wenig von diesem Reich erzählen. In Lorul gab es einst ein goldenes Dreieck, aus dem, der es berührt, äh, das dem, der es berührt, seinen sehnlichsten Wunsch erfüllte. Man nannte es das Triforce. Jeder wollte diese Macht besitzen. Kriege wurden geführt und verwüsteten unser Reich. Dies grämte meine königlichen Vorfahren und so zerstörten sie den Auslöser des Krieges, das Triforce. Aber es stellte sich heraus, dass das ein großer Fehler war. Das Triforce enthält die Macht der Götter. Ja, Punkt. Auf ihm ruht die Welt. Ohne diesen Pfeiler drohte Lorul der Untergang. Unsere Welt braucht das Triforce. Eines Tages erfuhren wir von der Existenz eines weiteren Triforce in einer anderen Welt. Kraft, Weisheit und Mut. Ich habe dich angeleitet, um an das Triforce des Mutes zu gelangen. Ich bin die Königin dieses Reiches. Es ist meine Aufgabe, den Fehler meiner Ahnen. Und du wirst mir dabei helfen. Zu begleichen? Du wirst das Triforce des Mutes geben. Und... Hallo? Was geht mit dir ab? Ich wusste es. Ich wusste, die... Hat irgendwas Böses im Filet geführt. Ich habe mich da nicht spoilern lassen. Nein, ich hatte schon die Vorahnung. Was? Hallo? Du... Yuga! Nimm ihn das Triforce des Mutes ab! Nur so kann Lorul neu entstehen! Was? Das habe ich jetzt ernsthaft nicht erwartet. Ha! Alter Schwede! Wie kann... Wie kann ich dich angreifen? Ach so. Lauf! Ist das... Einzige Möglichkeit, dich zu... Oh. Oh. Oh Gott. Was zum... Was zum... Hallo? Hör auf, dich zu teleportieren! Hör auf, dich zu teleportieren! Oh. Alter. Scheißen, Dreck. Scheiße. Wah. Nein. Oh Gott. Das war ein Fehler. Scheiße. Ähm. Ich benutze erstmal die Feen alle. Oh nein. Ich... Oh nein. Oh nein. Lauf, Link! Lauf! Na! Die Speerattacke ist so übel! Autsch. Oh oh. Der nächste Schlag wird uns töten. Nein, nicht wirklich töten, aber dann müssen wir, ähm, eine Fee benutzen. Hallo? Wa? 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 Hörst du wohl auf? Was? Alter. Alter Schwede. Hätten wir keine Feen, dann, ähm, müssten wir alles nochmal von neu machen. Alter, ist der Gegner brutal oder was? Man, 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 man. So, so. Hui. Ah, äh, 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 äh. Kennen wir das nicht irgendwoher? Autsch. Diese Wurfattacke von ihm da. Mann! Hallo! Hör auf mal damit. Der blinkt aber schon, das heißt, ähm, der wird... Autsch. Verdammt. So, Fee Nummer zwei. Oh man. Ja, wie gesagt, der blinkt schon, das heißt, der wird, äh, demnächst gekillt von uns. Hoffe ich. Wenn jetzt nix unerwartetes kommt, stirb doch. Nose. Ah. Autsch. Oh Gott. Zum Glück hat uns das nicht getroffen. Ich will gar nicht wissen... Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden uns das drückt. Verdammt. Au. Fee Nummer drei. Mann-o-mä-da. So, ich sollte mal... Ähm, ich sollte mal kurz... ...dingens anschließen, mein... ...Ladekabel. Ladekabel. Dat Ladekabel. Ähm, wo ist denn der Stöpsel da? Und, ähm... ...ja, fortsetzen schon mal. Mann! Komm schon! So, und ich brauch auf Y... Ähm... ...heilige Scheiße. Alter, der teleportiert sich jetzt schneller weg. Ja, ich brauch auf Y... ...ah, den Trank. So, auf Y ist es, ne? Boah. Trink, 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 trink. So, zwei Herzen hat er uns abgezogen, aber wir haben ihm auch ein bisschen Schaden drücken können. ...yass, jess, 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 jah, wir haben ihn. Alter. Was der uns gekostet hat. Yuga, das Trifor ist der Kraft. Gib es mir, schnell. Wenn es verloren geht, ist Lorul dem Untergang geweiht. Was ist? Oh, ho, 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 ho. Hilda, das Schicksal dieses hässlichen Reiches ist mir völlig gleichgültig. Mein Ziel war, das Driforce zu vereinigen und mit seiner Macht die ganze Welt in ein Kunstwerk zu verwandeln. Und dir erlaube ich, das Kronjuwel dieses Kunstwerks zu werden. Wow, wow, chill mal. Ja, du bist wirklich schön. Und er hat sich mit dem Kunstwerk vereinigt. Heilige Macaroni, müssen wir jetzt nochmal gegen ihn kämpfen. Are you fucking kidding me? Endlich gehören sie mir, die große Schönheit der Welt und die Macht der Götter. Oh, wir haben ja auch noch einen Teil, ne? Und jetzt müssen wir gleich nochmal gegen ihn kämpfen. Bleibt mir nur noch eines zu tun. Dein unschönes Antlitz ein für allemal zu auszuradieren. Nein, bitte nicht, nicht nochmal kämpfen. Ich schaff das doch nicht. Was? Da, 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 da. Was? Ah, ah, scheiße. Okay, das muss ich machen. Das kenne ich irgendwoher. Ha, wa, wa? Will der mich verarschen? Wie soll ich das denn bitte machen? Ui. So, vollste Konzentration. Ich werde jetzt weniger labern. Alter, der kommt, ich muss dem ausweichen. Okay, die haben bestimmte Farbe irgendwie. Hallo. Was ist mit, was ist denn da los? Ey, wie soll ich das? Okay, der geht. Der geht an die Wand. Man weiß auch echt nie, welches, welches er schießen wird. Und ich, ich schaff das nicht. Ich glaube, ich schaff das nicht. Alter, okay. Wir haben ihn noch gar nicht wirklich getroffen. Kann das sein? Scheiße, okay. Der ging durch uns durch, komischerweise. Und das eine trifft mich natürlich. Ich check's nicht. Wie oft muss ich ihn so treffen, überhaupt? Ein Viertel Herz, Alter, das schaff ich doch nie im Leben. Das schaff ich nicht. Oh Gott. Nee. Aufpassen. Wieso war mir das so klar? Ähm. Fortsetzen. Start, äh, mein Zuhause. Also, ich geh jetzt noch mal, ähm. Hallo, mein DS blinkt. Oh Mann. Das Ding war nicht richtig drin. Oh weh, oh weh. Jetzt ist es wohl etwas spät für solche Hinweise, aber du solltest wirklich vorsichtig sein. Ja, vielen Dank für deinen Hinweis, den hätte ich früher gebrauchen können. So, ähm. Schade. Wir haben es nicht geschafft in dieser Folge. Ja, ähm. Ich werde in der nächsten Folge zur Hexe gehen, mir ein paar Tränke kaufen. Und dann geht es weiter mit Yuga. Bis dann. Und tschüss. Bis dann. Bis dann.